So, man kommt ja auch nicht zum Aufnehmen. Ähm, achso, ja, da ist alles irgendwie weggebumst worden. Irgendwie finde ich das Visier ein bisschen komisch. Ups, ups, ups. Alter! Boah! Alter! Boah, warte mal. Was ist denn jetzt los? Warte mal kurz. Boah. Was ist das denn jetzt? Warum leckt das denn jetzt, so Hardcore? Alter! Warte mal, warte mal. Leute, ich hab zehn Frames oder auf sieben Frames. Jetzt hab ich wieder 30. Jetzt lag das schon wieder. Das ist mein Mann. Danke fürs Kommen. Entschuldigung, Sir. Verzeihung, man. Verstehen Sie mich? Geht es Ihnen gut? Können Sie gehen? Mein Mann ist verletzt. Er braucht Ruhe. Negativ. Keine Zeit zum Ausholen. Ich hab Helis auf dem Dach gesehen. Wir müssen jetzt los. Oh, wartet mal, Leute. So, können wir jetzt mal, ja? Junge. Ohne, dass es jetzt leckt. Ohne, dass es jetzt leckt. Das ist nicht, was ich... Danke fürs Kommen, Sergeant. Bitte. Sehr dankbar für die Hilfe. Gängig. Los geht's jetzt. Kommt, kommt. Los. Los, los. Könnt verunter zusammenbleiben. Vorwärts, Wacker. Alter, ohne Spaß. Oh, in diesem Raum. Der Raum ist irgendwie kacke. Alter. Dieser Raum, der war ja mal ernst. Scheiße. Jetzt leckt es ja schon wieder. Was hat der denn jetzt so? Frame-Einbrüche? Ich glaub's nicht, Alter. Ich raste aus gleich. Alter. Ich mach jetzt mal hier einen Cut, weil das geht hier echt nicht weiter. Ich... Ich... Ne, warte mal. Es... Es geht nicht. Sechs Frames. Was ist denn das? Wartet mal. Wir sehen uns gleich wieder. Jetzt geht's wieder. Wir sehen uns aber jetzt auf jeden Fall gleich wieder. Moment mal. Hallo, Leute. Ja. Wir sind wieder zurück. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ich hab jetzt erstmal den nächsten Cut gemacht. Also in der letzten Folge, da war ja echt... Das war ja echt... Irgendwie war das echt komisch. War... Dieser Raum, der hat so geleckt. Geil. So. Warum auch immer das geleckt hat. Das hat übelst geruckelt auf einmal. Ich hab das Spiel einfach mal beendet, einfach neu gestartet, weil ich das ja... Ich hab keine Ahnung. Raucht ein bisschen was. Ihr seid spät dran. Es dauert, als ich durch den Suchtrupp zu schießen, der das Gebäude durchkämmt. Darum hab ich wohl den Raum gewechselt. Wenn du rumlaufen kannst, wofür brauchst du uns dann, Kovic? Über den Gang kommt man leichter als über die Straße. Rein dir. So, ich hoffe, dass es jetzt besser ist. Es tut mir wirklich leid, wegen der letzten Part. Tut mir wirklich leid. Ich konnte dafür absolut nichts. Es hat auf einmal total geruckelt. Ich hab Helis auf dem Dach gesehen. Wir müssen jetzt los. Dann gehen wir rauf. Was? Ob's die gefällt oder nicht, ich fliege das Ding. Das ist der Plan. Oder hast du einen anderen Vorschlag, Sargent? Ach, glaub, wer es Helis? Sind Sie fertig? Mein Mann muss versorgt werden. All diese Gewalt. Wo führt das hin, Sargent? Das ist nicht, was ich... Danke fürs Kommen, Sargent. Ich bin sehr dankbar für die Hilfe. Los geht's jetzt. Kommt, kommt. Los. Los, los. Oh, hier ist eine Waffe. Köpfe runter, zusammenbleiben. Vorwärts, Wrecker. Oh, man kann also Waffen finden und die dann freischalten. Ist ja immer nice. Augen offen halten, würde ich mal sagen. Was ist denn das für eine geile Waffe? Oh, Claymore. Das ist doch... Das fällt mir schon mal viel besser. So. Jetzt leckt's auf jeden Fall erstmal nicht. Ich hoffe, dass es noch mit dem Aiming besser wird. Und ich, ja, ich sag euch einfach nochmal, herzlich willkommen zu dem neuen Display. So. Geht ihr oder... Okay, dann gehen wir. Auf Dach, auf dem Dach, ne? Sir, ma'am. Sie warten hier. Alles klar, wir gehen rauf. Ja. Starten, Drakon. Den Heli sichern. Alles klar. Öffnen wir mal. Ja, gucken wir mal, was es hier so gibt. Hat schon mal auf jeden Fall gespeichert. So. Das ist... Ach, das ist ein Aufzug. Ja, ja, vorsichtig. Schon klar, schon klar. Ich will mich nur mal ein bisschen umgucken. Was soll das für ein Spiel sein? Das kenne ich aber nicht. Ja, okay. Gucken wir mal. Haben wir hier irgendwie Informationen? Nee. Auf jeden Fall geht schon mal kranke Scheiß ab. Eine Waffenkiste. Ja, ja, ich würde sagen, was ist ein... DeFabas und eine QB... Was weiß ich. Ich denke, wir Munition haben... Ach, lol, da ist ja einer. Ja. Zack. Oh, da hat mich fast jemand gesehen. V-Bauchlage. Was sind hier Gegner? Da ist jemand. Oh, da sind ein paar mehrere Leute. Da oben auch. Da auch auch. Komm, wir machen einfach mal... Wir machen jetzt einfach mal... Just for fun was. Jetzt pass mal auf. Die sollten eigentlich ja nicht wissen, wo wir sind. So, los geht's. Oh, die Farben, das macht schon viel mehr Laune. Lol, ich dachte, wer sind das? Da musst du diese Visierwichser... Oh, lol, okay. Was? Ich verstehe kein Deutsch. Nice. Oh, da ist ein Feind gewesen. Das ist ein Sniper. Also, ich spiele es ja auf normal. So. Danke. Ups. Ah. Probieren wir mal die neuen Weapon aus. Oh, die ist nice. Okay, bin dabei. Sollen wir jetzt ein Dings fliegen, oder was? Ha, probieren wir es mal. Was ist denn das für ein Penner? Lol, der verpisst sich jetzt, oder was? Ja, runter. Du Hüen, ihr Bastarde. Ihr killt mich nicht so einfach. Ups. Hinter mir. Ja, könnte gern. Wow. Granite. Wow. Wow. Okay, 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 okay. Uha. Komm raus, du Wichser. Komm raus. Na, da spawnen sie auf jeden Fall wieder nach. Ich hasse Waffen mit wenig Munition. Also, mit wenig Schuss. Ich hasse es. Irgendwie ist die KI für den Arsch. Also, da war Battlefield 3 irgendwie besser. Ganz ehrlich gesagt. Anstatt sich zu bewegen irgendwie. Nein, man bleibt da halt stehen und ballert alles drauf weiter. Jetzt. Mal hier oben ist einer. Ja, da war einer. Alles klar. Sauber arbeite. Na, dann. Erreichelt das Flussufer. Ich denke mal, ich muss... Spinter, Spinter. Ich bin schon da, Leute. Oder so. Tee geht leider jetzt praktisch. Geiles, äh, Dings. Ja. Willst du mich verarschen? Ne, was denn? Was? Ich liebe dieses Lied. Ist ein scheiß guter Song. So weit, so gut. Ich geh vor. Auf geht's, Rekka. Ja, bin dabei. Gut. Weg da. Was ist das, was ich glaube? Genau meine Kraftweite. Ah, wie die Wichser es versucht haben. Wie sie flankieren wollten. Mann. Ah, haben wir noch eine Waffe bekommen. Oh, das ist mal ein Headshot, glaube ich. Komm, zeig nochmal dein Köttchen. Das ist gar keiner. Was, was ballerst du denn? Willst du wirklich auf den Heli ballern, das? Ach, Mensch, leider. Eröffne das Feuer. Sauber. Hier hat er ein bisschen Munition für mich. Warte mal, wir können doch die Waffe doch tauschen. Ja, genau. Sehst du mal? Eine Shotgun habe bekommen. Ich finde jetzt eine Shotgun nicht so geil. Hören wir mal ein bisschen. Was müssen wir denn jetzt machen? Soll ich jetzt ernsthaft auf den Heli schießen? Was bringt mir das? Irgendwie ist das voll Buggy. Machen wir einfach mal eine Nade, was? War ja eigentlich ein ganz guter Treffer. Ja, den habe ich schon mal. Also die Waffe gefällt mir schon mal mit dem Visier. Wo laufen die denn eigentlich immer hin? Na, ehrlich gefragt. Weiß auch nicht, was die ja irgendwie machen. Schaut euch das an. Die laufen einfach immer weit weg. Und was weiß ich, wo die laufen. Dann darfst du sie immer suchen. So, wo ist der denn jetzt? Da hinten, guck mal. Da hinten versteckt er sich. Warum laufen die so weit weg? Irgendwie ist es okay. Was labert der denn da? Schotti. Geht Richtung Fluss und überlebt euch, wie wer rauskommt. Oh ja. Oh mein Gott. Panzer, Junge. Ich lege mich nicht mit dem Panzer an. Das könnte er ja mal sowas machen. Vergessen. Ja, da macht mir Schotti Spaß. Äh, die habe ich schon mal. Lol. Was willst du? Wo laufen die denn eigentlich hin? Oh, da war der Panzer. Scheiße. Moment, ich nehme mir noch ein paar Gegner mit. Oh, du hältst mal die Schnauze. Alles klar. Wen? Oh, Sack ist da falsch. Ja. Hast du recht. Wow. Alle down. Okay, erstmal kurz nachladen. Also so eine Shotgun mit einem Magazin ist auch nice. Opa. So, hier kommen wir jetzt bestimmt irgendwo. Kommen bestimmt irgendwo Gegner zu. Okay, okay, okay. Ja, fast glaube ich. Also woher ich weiß, dass wir immer da hin, wo ich hingehen muss, ist, lol. Das Spiel ist irgendwie echt buggy. Also ohne Spaß. Ich bin schon weiter als er. Was ist das? Wer ist da? Ja, es wurden welche abgeschnachtet, ne? Ne? Emotionen kannst du nicht gut zeigen. Scheiße, gell. Die drehen ja alle durch. Ja. Wem sagst du das? Danke. Kommt hier rein. Bitte helft uns. Wir brauchen Hilfe, um zum Schluss zu kommen. Aber schützt dir hin. Ob du seit der Ruhe, hat die Ohren... Das Spiel ist irgendwie kacke. Ich dachte, da steht ja nicht. Bitte. Ja. Hast du jetzt das Sagen? Augen auf, Wrecker. Entspann dich, Pack. Die werden uns nichts tun. Wie geht's? Wie Homer? Hm, so sehr. Passt doch auf! Weck vom Fenster! Das ist gefährlich! Haltet euch vom Fenster fern! Wir wollen zum Schluss, aber Chang hat Panzer. Niemand kommt in die Stadt rein oder raus. Wir messen zum Fluss. Gibt's hier Panzerabwehrraketen? Alter, warum sind das so viele? Wir bewehren uns auch. Changs Truppen sind zu stark. Wir hängen fest und brauchen eure Hilfe. Bleib hier und schützt dein Kind los, Wrecker-Bewegung! Den Panzerwreck! Ich leg mich nicht mit dem Panzer an. Ich erstelle den Panzer. Wie soll ich das machen? Bin ich ja immer gespannt. Wie sind wir in der Zeit? Ach, auf einmal hat er ein MG. Wir erledigen ihn und sehen zu, dass wir auf dem Fluss aus der Stadt rauskommen. Der patrouillierende Panzer ist uns im Weg. Ja, das ist schon ziemlich scheiße. Ich folge dir, Kollege. Lauf nur, Gatschnitzchen, lauf! Also bis jetzt gefällt's mir. Na, Grafik ist... Ja, ist okay. Folgen wir den mal. Laufen wir einfach mal ein bisschen ringsrum. Wir stecken uns mal hier. Naja. Gibt auf jeden Fall sehr viel Sinn, ehrlich gesagt. Muss ich mal gestehen. Der Panzer sieht uns. Das ist schlecht. So, warte mal. Ups. Glamour. Ah, ja. Nehmen wir uns doch mal... C... C4 mit. Alter. Jetzt muss ich das irgendwie nur in den Panzer anbringen. Na, wie mach ich das? Ich weiß ja nicht, ob der von mich hinten sieht, wenn ich nach hinten komme. Weiß ich nicht. Ich hoffe mal nicht. Hehehe. 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 Vorsicht, Wacker! Noch ein Panzer! Noch einer. Alter, können wir ruhig herkommen. Dann haben wir nochmal C4. Jetzt fährt er halt ein bisschen aggressiver, würde ich mal sagen. Er sieht mich auf jeden Fall, glaube ich. Solange ich ja nicht... Ja, du Wichser. Kriegst gar nichts von mir. So. Haben wir doch schon mal gut gemacht. Oh, ne Sniper. Scout Elite. Steig ins Boot. Steigen wir ins Boot. In the Boot. Ja, ich dachte, wir steigen in ein Boot. Ja, wir Zivilisten. Wetter! Oh, was ein Wetter. Was sagt er? Ich glaube, sie helfen uns. Na, Kollege, komm mal ran hier. Hallo. Guten Tag. Nach dir, Wacker. Alles klar. Ja, ach so. Ja. Muss man extra interagieren. Hätte man nicht selber steuern können. Ach, auf einmal sind sie da. Oh, Mann, ey. Fortress, hier ist Tombstone 4. Wir kommen in einem zivilen Boot. Over. Hier, Fortress. Okay, beeilung. Die alte Rostschüssel ist nicht gerade im Speedboat. Over. Hier ist Fortress. Steht ihr unter Beschuss, Tombstone? Ich wiederhole, Tombstone, steht ihr unter Beschuss? Gebt mir einen Lagewellen. Oh. What the fuck? Alter. Ich stürze einfach an Helionswasser. Oh, mein Gott. Was soll denn da was sein? Ich bin völlig klar im Kopf. Folgt uns. Ihr müsst uns folgen. Wir bringen euch in Sicherheit. Los. Was macht er da? Fortress, hier ist Tombstone. Come on over. Fortress, hier ist Tombstone. Come on. Was war denn das? Was war denn das? Oh, mein Gott. Da bin ich einfach ins Wasser gefangen, würde ich mal sagen. Ja. Ist das geil. Vereilen Sie sich, Doktor. Ich versuche es, Sir. Aber ich muss noch viele Flüchtlinge behandeln. Wissen Sie, wie viele an Bord gekommen sind? Ich schätze 350 bis 400. Sie bekommen bald genaue Zahlen. Wäre das alles? Ja, Sir. Wie steht es um eine Anfrage nach mehr Hilfskräften? Tut mir leid, Doc. Sie müssen mit dem auskommen, was ihr habt. Vielleicht kann uns die Taten helfen. Ei, ei. Und, Sir, es schmeckt nicht allen, dass wir die Flüchtlinge ausgenommen haben. Aber ich halte es für eine gute Tat. Wenn ich das so sagen darf. Danke, Lieutenant. Okay. Krasser Scheiß auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehr verpackt. Wirklich ziemlich sehr verpackt, ehrlich gesagt. Was kommt jetzt? Yo, Rekka. Alter, du hast um dich geschlagen. Schlecht geträumt? Kann man sagen. Ich bin eh schon seit zwei Stunden wach. Ein Wunder, dass du nach der Sache überhaupt schlafen kannst. Es ist scheiße heiß hier drin. Jetzt gibt es überhaupt keine Luft auf dem Schiff. Übrigens, Irish war hier. Wollte dich nicht wecken. Ich sag's dir, Mann. Du musst schlafen, solange du kannst. Bitte, Rekka. Okay, Kollegen. Ähm. Ich finde Irish. Ja. Wenn wir das finden, sehen wir uns aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch diese Folge hat euch besser gefallen, als die letzte. Allgemein vom Aiming her und so vom Dingsfaktor, von der Action her. Auf jeden Fall danke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich muss mal gucken, ob man das noch irgendwie in den Griff bekommt, dass es nicht so verpackt ist. Vielleicht starte ich die Kampagne einfach nochmal komplett neu und spiele es nochmal. Weil irgendwie ist das echt komisch. Und ja. Ich würde sagen, das war's erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und lasst ein Like da, was euch gefallen hat. Und einen Kommentar würde ich auch besprechen. Ich würde euch auch antworten. Und ja, falls ein Abonnieren nicht schlimm wäre, dann ist es auch okay. Denn. Jetzt geht schon wieder mit dem Wecker. Ähm. Ja, dann ist es nicht schlimm. Dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs zu einschalten. Ich halte das nächste Mal wieder ein. Euer Sebi, macht's gut, ey. Mann, da kann ich die Droh aufnehmen. Ciao. Ist gut.